Alle plündern, ich will alles haben, da schon Gegner, was geht da, ups da, oh die Leider hier rein wie ein Tier, Alter, aua, das fühle ich ziemlich zurück, wir geben den Mixer jetzt richtig auf die Fresse, wie läuft er denn für ne Schwuchtelmoves als rückwärts, Alter, was ist denn los mit dir, dafür verrecken wir jetzt, zack, oh, was ist er denn für einer Weg mit dir Was denkt ihr, lagern wir hier oder ziehen wir weiter, wir lagern natürlich hier Ach, vorher will die alles plündern Meine Macht, sie steigt da ins Unlebeschlöche Vielleicht ein klein wenig übertrieben, Hauptsache hier in dem Lager gibt es schon mal direkt eine Eisenstelle, das ist geil Hä So Ist auch noch Eisen, nice Find ich geil Er hat immer noch die Facke Hahahaha Der Zwerg wirft die Facke weg und der Magier läuft die ganze Zeit nur mit der Scheiße rum Mann, mach doch mal die Facke weg hier Es gibt nichts zu berichten, Sir Wird Sir nicht mit IR geschrieben? Mach doch mal die Facke weg, Junge Schossen aus Die Facke ist halt am rumlaufen, Alter Weltkarte, okay Was denn der? Oh leil, Radcliffe Oh komm, dann laufen wir mal ein bisschen nach Radcliffe, oder? Er erhebt sich in die Luft Er erhebt sich in die Luft Wow What the? Holy moly Einfach mal ein Drache Jetzt habe ich schon einen Schiss Was? Also ich weiß aus den ersten Teilen, dass die Drachen da ganz schön böse waren Hele, 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 hele Ist er im thisů ja Wie kann ich den jetzt wieder bellen? Hele, 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 hele! Soll ich den jetzt wieder beleben? Er verreckt einfach die ganze Zeit. Ja, aber es geht. Da hat der Drache wohl mal zugeschlossen. Upsi. Also hier gehen wir nicht weiter. Alter, Junge. Kallen steht nicht zur Wahl. Löckchen? Den halten Sie doch nur als schmückendes Beiwerk. Komm, ich mach mal noch das da. Ich glaub, zu Radcliffe komm ich nie im Leben mit dem Level. Ich reiß mal nach da. Oh ja. Ach ja, komm. Wir sind im Freisen. Aufreisen. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ja, wir sind da. Also das Drachenjungen war eben Level 12. Ich meine, stark davon aus, dass der Drache locker mal doppelt ist, mindestens. Was geht denn da ab, Alter? Da unten feiten doch schon wieder welche, oder? Die dick Fischstraße. All die Macht hat die Abtrünnigen in den Wahnsinn getrieben. Die Templer scheinen kein Deut besser zu sein. Barzunge. Gib sie Schellen. Eine nach der anderen. Ficker. Ficker. Ich töte dich. Wie wär's damit, hä? Und da hinten nicht auch eben irgendwelche. Oh, da hinten ist sogar eine Quest. Riesen. Templer Lager. Ach, ich will nicht die scheiß Flasche holen, Alter. Templer Lager am besten aktivieren. Meine Fresse. Hm? So, hat das so einen riesigen Grad hier oder so was? Lass mal noch da vorne die Leute weghauen. Oh, hier gibt's noch was zum Blüten. Schick, schick. Wohl, erst mal ins Inventar. Accessoires. Amulett, der macht. Einmalig verwenden. Vielleicht einen Fähigkeitspunkt, wenn es ausgerüstet wird. Nur so, lass. Ach so. Den Fähigkeitsschaden. Okay. Fähigkeitsschaden. Amulett, der Wille, der Resistenz. Zusätzlicher Trank. Oh, cool. So. Solas. Magie. Komm. Assistenz gegen Elektrizität. Das darfst du sein. Willenskraft. Wir brauchen Willenskraft, Alter. Bräuchte auch, glaube ich, auch noch Dings, oder? Kann ich einfach so? Nein, ich kann natürlich nicht einfach so. Kommt, Menü, Attribute, Geschichte, da, Willenskraft. Sie hat ein bisschen Willenskraft. Dann kriegst du das natürlich, Xenry, Babydoll. So. Einmal zurück. Aufwerten. Alles voll nerfen. Schild. Hey, cool. Besseres Schild. So. Das war's noch erstmal. Äh. Ja. Komm. Mach da. Ach, haben sie sich jetzt alle gegenseitig umgebracht? Ah, ne. Da sind noch welche. Auf geht's. Hey, sind das nicht das Leben? Wir sollten uns wieder auf den Weg machen. Um die Ordnung wieder herzustellen, brauchen wir dieses Bündnis. Ach, das Bündnis kann warten. Ich will ein bisschen miteinander sauber machen. Weil sonst kommen immer alle von hinten. Höh, höh, höh. Äh. Na gut. Ob der schlecht war? Drei, äh, drei sag ich. Sechs Gold. Was? Lappen. Öffnen. Kann ich das öffnen? Wieder abgeschlossen. Es geht nicht hier, aber, ne. Was wollt ihr hier, Jungs? Bats. Zack. Zack, gab's hier. Die Scheile. Die Scheile, Jungs. Boah, wie krass du eigentlich, dass du nix triffst? Ja, jetzt mit der Scheißfacke, ne. Du gehst mir langsam auf. Sack, Mann. Steckt da die Scheißfacke weg. Scherbe einsammeln. Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, was das hier ist, aber es muss einen Grund geben, warum es durch den Schädel erleuchtet wurde. Hauptsache, für dieses Scheißhaus hier gibt's einen Schlüssel. Guck mal, was mach ich? Ich lauf einfach so durch. Er kommt hinterher, Alter. Steht wie so ein Kammelab mit dieser Scheißfackel. In der dessen laufen hier irgendwo so Gegner rum. Wo sind Gegner? Hä? Auch da. Oh ja. Ey, so lass. Du gehst mir so auf den Sacken. Endlich hast du die Scheißfacke fallen lassen. Kann ja nicht wahr sein, Mann. Wenn du die jetzt aufhebst, ne. Hau ich dir deine glatze Windelweiche, Alter. Dann schrubbe ich die ersten Runde durch hier. So. Ach, Scherbe, Scherbe und Scherbe. Ah, das sind die ganzen Scherben. Scherbe, Scherbe. Scherbe, Scherbe, Scherbe. Scherbe, Scherbe, Scherbe. Wie ihr Fett sagt. Komm her, ja. LOL What the fuck Achso, die kann man ja auch irgendwie wieder überlegen. Wie ging denn das jetzt hier? Nimm den Heiltrang, man. Ich glaube nicht, dass das einfache Banditen sind. Ihre Rüstungen und Fähigkeiten deuten darauf hin, dass da mehr dahinter steckt. Ja, nachdem wir so weit gerade auf die Fresse bekommen haben, ja. Ist ja alles voll mit Gegnern, Alter. Ey, sowas kommt mal mit. Digga, warum sind die eigentlich schon wieder alles voll? Landknecht, Alter. Upsala. Habe ich genossen, Alter. Tut mir sehr leid. Ist die Föcke noch hier? Nein, sie ist weg. Sie sah da eben aus wie so eine Ruhe, du. Ja, sowas ist wie eine Schwuchtel. Kannst du eigentlich sonst irgendwas, wenn du keine Magie mehr hast oder so? Oder bist du pretty much useless? Ach was. Schaffen wir schon. Äh. Ich lauf lieber jetzt mal zum Lager. Ja, gesundheit niedrig. Schluck gesoffen und weiter geht, Alter. Lager. Einfach erstmal zum Lager jetzt. Oder zu dem Riss. Was ist das? Was ist das? Nie da mal checken. Riss. Oh, da oben am Arsch der Welt. Ist einfach dieser Riss. oh hier geht Schauen. Zack. Bisschen den Riss. Schlossen. Oh, ein bisschen Blut an der Rüstung. Schadet nie. Ach, Mensch, Leute. Was geht denn hier schon wieder ab? Zwei Gingländer. Auch wenn es Magier ist. Du stehst da auf, aber ich kann. Gib's zu. 14 Chess genommen. Beanspucken. Oh Mann. Pitz. Entdeckte Sehenswürdigkeit. Ich will eigentlich nur die Bude da aufmachen. Und gucken, was da drin ist. und so, was da drin ist. Ist es nochmal ein bisschen... Bis zum nächsten Mal.